Tomek 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 Tomem Tomek Tomek . Heh Waaaaah . Heeg Hoaaaah . Tomek Er ist ja scheinbar ein richtiger Flieger hier. Oh, was war denn das? Bin tot. Irgendjemand hat hier Attack markiert bei mir. Das war schon länger markiert. Das war schon nicht. Das war schon nicht. Das war schon länger markiert. Das war schon länger markiert. Das war schon länger markiert. Ich kann gar nicht die gesamten Dinks, wie man das macht. Wenn man diese Teile ausführt. Dass man sagt, z.B. Planquadrat 038 057 oder so. Das liegt aber auch an, aber dass man das kommt und so. Ich komm dich mal besuchen fahren, ne? Bist du im Gegner-Team? Nee. Gut. Ich bin nur in einer anderen Gruppe. Da oben im Haus, im Fenster, schaut ab und zu mal einer raus. Es macht ihn kalt, Jungs. Ich höre, ich höre, hier kommt jemand. Es liegt an euch. Bei mir kommt jemand. Bin unterwegs. Bin schon am Vormarsch. Ich glaube, ich höre ein Heli. Ja, garantiert bei diesem Heli. Ich habe auch nichts, um den Heli abzöpern. Ich bin jetzt in so einem Bunker drinnen. Ein Fenster, eine Tür. Wo bist du? Bin auch da. Hier drin bin ich. So, innen drin. Und dann in so einem Art Bunker-Ding. Nach da. Ja, wir gehen mal nach da oben, würde ich sagen. Hm. Das wird mein neues kuscheliges Haus hier. Hier kommt man aber auch anders rein. Mhm. Trotzdem wird das mein kuscheliges Haus. Nach 81 Minuten geht die Mission. Okay. Okay, wir haben hier zwei Türen. Oben. Oben. Ja. Ich glaube, wir sind nicht allein. Wieso? Schau mal da unten, weil, was da unten steht, halt das rote, der Balken, ne? Äh, Deadloose und... Ja, was? Walsch. Die Freunde kommen bald vom Norden, ja, vom Sick. Ja. Ja. Ich glaube, da ist schon einer da. Unten steht 89 von 90. Ja. Steckst du unten die Tür? Ja. Ja. Na, ich guck aus dem Fenster raus. Kannst du auch Fenster zumachen, ne? Aus Norden hat er gesagt. Ja. Also, pass auf. F***. Hier ist auch ein... Dach vom anderen Armeude. Alter. Bist du neben mir im Gebüsch gehockt, Fander? Nein, ich war das Gebüsch. Ich wurde beschossen. Richtung aus Ost. Seh kein. Besser, du sprichst trotzdem im Side-Channel, weil die anderen Spieler hören dich nicht. Das hört dich nur unsere Gruppe. Okay, ich wurde beschossen aus Ost. Seh ihn nicht, seh ihn nicht. Ja, die Schüsse sehen wir nicht. Der lädt nach. Ich seh ihn. Warte, warte, warte. Hab ihn gesehen. Ja, ich auch. Jetzt seh ich ihn wieder nicht. Warte, 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 warte. Ja. Scheiße, ich bin tot. Granatenwerfer. Ich komme gleich wieder. Hier ist noch einer. Ich muss hole Sie raus. Ich kann mal, dass du noch Kontakt hast. Ich muss raus. Seldos, wie weit bist du entfernt? 300 Meter Bin tot Das war gerade nicht so optimal Ich hatte vor allem Einzelfeuern, das war auch nicht gerade optimal Sonst hätte ich den erwischt, ich habe ihn einmal glaube ich erwischt Tomek, hast du einen Quodius funktioniert? Ah, bin down Ah, nice, nice Hey Tomek Bist du schon oben? Toto, at least say sorry next time Bist du beschossen? Nee Das ist am Wasser, sehe ich ein paar Trigger Das ist einschossen Sehr schön Und da ist das Band wieder, mal Komm jetzt auch ins Lager ran Scheinbar, wir nehmen das Lager ein, ich glaube hier ist keiner mehr Nee Aber keine Ahnung Ah, von hinten, fuck Ah Senne 6 Und noch 5 Beante 6 8 An 5 6 8 10 9 10 10 10 11 1 gegen 1 gerade, verwendet sich gar nichts. Einer ist da, ich bin da. Good luck fellas. Wie bitte? Chopper RTB. Ich bin da. Wir sind da. Sarpad. 300 Meter. 1-2-0. 2! Geht euch! Chopper RTB. Back to Main. Boah, ich hab grad keine Munition mehr für die Waffe. Ah doch, hier. 2. 1. 2. 1. 1. 1. Das ist ein blöder Einfall von mir da ins Lager zu gehen. Maus kommst du? Sekunde, geht schonmal los. Das hast du jetzt nicht im Side-Chat gesagt. Was? Du musst im Side-Chat reden. Ja mach ich doch. Ach ja stimmt, du bist bei mir gemul-nuted. Schon vergessen. Ja was denn jetzt? Ich bin tot. Wir brauchen einen neuen Hegel. Tomek, what the fuck? Mach den Meteoriten-Dance. Schade, der hat für mich keine Kills gehabt. Hast du ihn runtergeruht oder wie? Hey, komm zurück Heli. Jetzt wollen noch Leute mit. Ja. Nee, wir haben nicht erwartet. Hey, ich hab wieder meinen alten Platz. Wo denn? Da wo ich vorher gesessen hab halt. Wackel mal am Kopf, ganz doll. Okay und ab geht da. Ah, ich bin schräg gegenüber auf der anderen Seite. Ah ja, ich seh dich. Helm wir uns auf, er bleibt drin. Wurde der letzte Heel abgeballert oder wo? Der letzte Heel wurde er abgeballert. Okay. Ich weiß aber nicht wo. Super. Und wovon? Das weiß ich auch nicht. Schick dir echt zur Hauptbasis von denen. Ach so, wir haben den Einschlag überlebt. Nur, ja, den Rest nicht. Ah! Oh shit, wir wurden auch. Schon wieder. Was war das denn jetzt? Diesmal nehme ich mir ein Fallschirm mit. Ja, bringt nichts. Die haben eine Geist. Wo sind die Fallschirme? Wenn das Ding wenigstens, ähm, Flas hat der aber nein. Kann man mit einem Panzer hinfahren oder sowas ähnlichem? Ja, wenn du Level 30 hast, kannst du das. Wo sehe ich, welches Level ich hab? Bitte? Wo sehe ich, welches Level ich hab? Ja, drück mal auf P. P wie Pascal. Ah, okay. Ich bin anscheinend Level 8. Warte, muss ich schnell gucken, oder? Okay. Wo siehst du das? P wie Pascal drücken. Ja, ja, ich drück ja. Und dann das letzte ist, glaub ich, das Level. Ah, okay. Da ist bei mir nichts. Ja, wir müssen gleich nochmal los, Kinder, ne? Ja, wir müssen noch mal los. Ähm. Ja, wir müssen noch mal los. Ja, wir müssen noch mal los. Ja, wir müssen noch mal los. W sind noch mal los. Ich binикс ich wurde gerade beschossen im quad jetzt fahr ich durch den wald jetzt bin ich tot weil ich erst wenn auf l gedrückt habe gut scheiß auf die madpacks erst mal night vision an jetzt war ich andershin ich hasse steine vorsichter liegen ach du scheiße ich mache gerade überschlag normalerweise wäre ich tot